... wie gute Ernährungspolitik gehen könnte, die damit angefangen hat, die Leute in der Stadt zu vernetzen mit den Landwirten auf dem Land, denn ohne die geht gar keine Agrarwende und die sich die Politik mal zum Vorbild nehmen könnte. Es gibt eine bundesweite Bewegung von Ernährungsräten und für die spricht jetzt vom Berliner Ernährungsrat Lea Klim, herzlich willkommen! Liebe Freunde, der Berliner Ernährungsrat hat im letzten Herbst ein Experiment gewagt. Wir haben zusammen mit Brandenburger Landwirten und Biobauern über 170.000 bioregionale Mahlzeiten in Berliner Schulen ausgegeben. Wir haben damit gezeigt, was schon möglich ist, damit die Politik sich nicht länger rausreden kann, weil die Zeit reif ist zum Handeln! Wir fordern, dass bioregionale Verarbeitung und Produktion zum Standard wird, dass in unseren Kitas und Schulen und in unseren Krankenhäusern und Altersheimen endlich nachhaltiges und gutes Essen auf den Tisch kommt. Wir wollen keinen Einheitsbrei von Großkonzernen, sondern wir wollen schmackhafte Vielfalt auf unseren Tellern! Dafür braucht Berlin das Land! Brauchen wir euch, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger! Denn uns ist klar, dass weder die Agrarwende noch die Ernährungswende vorankommen kann, wenn nicht wir Städter Seite an Seite mit den Bäuerinnen und Bauern Druck auf die Politik ausüben! Was wir brauchen, ist eine zukunftsfähige Ernährungsstrategie für Berlin! Eine Strategie der sozialen Gerechtigkeit, die faire Einkommensperspektiven für Brandenburger Junglandwirt schafft! Und eine Strategie für eine gelebte und lebendige Esskultur, die wir gemeinsam bestimmen! Denn was uns fehlt, liebe Freundinnen und Freunde, ist Ernährungsdemokratie! Fordern wir also den demokratischen Wandel unseres Ernährungssystems und nehmen ihn zugleich heute und hier selbst in die Hand! Wir sind dabei in Berlin nicht alleine, denn in den letzten zwei Jahren haben sich in über 30 deutschen Städten Menschen zusammengetan, um Ernährungsräte zu gründen! Der Kölner Ernährungsrat ist heute hier, der Münchner Ernährungsrat ist heute hier und Wuppertal ist hier, Frankfurter Main ist hier, Leipzig ist hier, Oldburg und Hamburg! Und ich grüße auch unsere europäischen Freunde in London, in Wien, in Südtirol und in Zürich! Wir sind viele und wir werden immer mehr! Lasst uns gemeinsam vor Ort in unseren Städten und Regionen die Agrar- und die Ernährungswende anstoßen! Lasst uns heute losgehen, denn Essen ist politisch und wir haben die Agrar- und es ist nicht sowas von satt! Deshalb die Leute hier! Toll, dass ihr alle da seid! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!